Unter dem Bett, sie ahnen es schon, stand natürlich das Trönsche für zwischendurch. Und wer des Nachts größere Geschäfte vor sich hatte, nutzte der Emmer. Der musste so einiges aushalten und war deshalb aus Emalje. Das Trönsche, das ist ein Kammerpott. Das ist ein Topf mit einem Henkel. Und früh gingen die Leute nachts nicht auf dem Klo, sondern da gingen die auf dem Kammerpott. Und es gab auch Leute, die drückten das noch vornehm aus, das war dann die Mitternachtsvase. Denn man sprach ja nicht vom Pissbott oder Nachbott, nein, die Mitternachtsvase. Und ganz früher, oder das weiß ich, wenn sie durch die Altsstadt gingen, hatten sie Angst, dass der Pissbott auf den Kopf kreischt. Und der ist immer voll.